Frohe Ostern, meine lieben Yoshis, und ein herzliches Willkommen zur nächsten Livestream-Ankündigung. Und zwar möchte ich am Ostermontag um 20 Uhr für euch Pokémon Silberne Edition Part 2 spielen. Ja, ihr Lieben, immerhin erwartet uns die dritte, vierte und vielleicht sogar die fünfte Arena. Ja, ihr Lieben, es geht weiter. Und ich lade euch ein, mich auf mein Yoto-Abenteuer wieder zu begleiten. Also, wenn ihr dabei sein wollt, einfach die Infobox aufklappen, wo ihr meinen Livestream-Link finden werdet. Und ja, seid Ostermontag um 20 Uhr dabei. Ich freue mich auf euch, euer Drake.